Die karibischen Latino-Rücken reißen einfach schnell mit und lassen einen nicht zu schnell wieder los. Für die wunderschönen Kostüme hat Doris Pichowiak, die Schneiderin der Tanzgruppe, alles gegeben. Unser DJ Mauro, der seit Jahren im Bocacica jetzigen Mojito auflebt, sorgt für den Ohrenschmaus und die umwerfende Choreografie hat kein geringerer als der ehemalige Chef des Bocaciacicas E.H. Pernus persönlich erarbeitet. So, nun aber viel Spaß bei der begeisterten Tanzdarbietung von Glos Cadientes. Untertitelung Currents Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020